Trotz ihrer Ehekrise veröffentlichen Amira und Oliver Pocher Woche für Woche eine neue Podcast-Folge, doch die Fans sind zunehmend enttäuscht. Amira Oliver Pocher – Ehekrise hat Folgen Die Nachricht, dass Oliver, 45, und Amira Pocher, 30, in einer Ehekrise stecken, schlug vor einigen Wochen ein, wie eine Bombe. Das Paar gab nach ersten Schlagzeilen zu, dass es im Moment schwierig sei, seit längerem hätten der Comedian und die Moderatorin bereits mit Problemen zu kämpfen. Im Podcast Die Pochers gaben sie sogar ganz offen zu, aktuell noch nicht zu wissen, wie es für sie als Paar weitergehen wird. Seither überschlagen sich die Reaktionen im Netz. Während viele hoffen, dass Oli und Amira ihre Beziehung retten können, glauben andere, dass die Ehe der beiden längst am Ende sei. Vor allem die 30-Jährige musste sich in den letzten Wochen viele Vorwürfe gefallen lassen, die sie nach eigenen Angaben teilweise sehr verletzt hätten. Fans richten eindringliche Bitte an die Pochers, lieber ein Schrecken mit Ende. Während sich andere Paare in ähnlichen Situationen wahrscheinlich eher zurückziehen und ihre Probleme im Stillen aufarbeiten würden, traten Amira und Oliver Pocher die Flucht nach vorn an. In den letzten Podcast-Folgen äußerten sie sich immer wieder ehrlich zu ihren Problemen oder den Schlagzeilen, nicht aber in der neuesten Ausgabe von Die Pochers. Darin redeten die beiden, die zwei gemeinsame Söhne haben, eher um den Hype um Harry Styles, 29, oder aber Heidi Klums, 50, Ankündigung, bei GNTM auch Männer zuzulassen. Die Fans sind allerdings enttäuscht. Für viele scheint der Podcast nicht mehr das zu sein, was er mal war. Einige Zuhörer finden, dass den Pochers ihre Probleme und die Distanz anzuhören sei, weshalb sie im Netz sogar ein aus des Formats fordern. Irgendwie ist der Witz weg. Ich finde die letzten Folgen nicht gut, verständlicherweise. Ich wünsche beiden, dass sie den Podcast nicht künstlich in die Länge zielen, wenn diese Chemie, die ihn ausgemacht hat, nicht mehr da ist. Ich mochte den Podcast mal sehr gerne, aber die letzten Wochen macht es keinen Spaß mehr. Es wirkt alles sehr verkrampft und man merkt, dass sie die Woche über kaum miteinander reden. Gerade diese zwischenmenschlichen Frotzeleien haben den Podcast für mich ausgemacht. Echt schade um den Podcast. Aber wenn die Chemie zwischen den beiden Hosts nicht passt, sollte man es vielleicht besser lassen. Wenn das so weitergeht, höre ich nicht mehr rein. Das, was ich an eurem Podcast mochte, gibt es wohl nicht mehr. Können Uli und Amira nicht eine Sommerpause von ihrem Podcast machen? Es hört sich absolut verkrampft an. Amira ist völlig desinteressiert und genervt. Uli versucht, das Gespräch am Laufen zu halten, und von Amira kommt nix. Es war mal mein Lieblings-Podcast. Und ja, an einer Krise zu arbeiten, sieht anders aus, als sich genervt in einem Podcast zu unterhalten. Macht eine Pause. Ich bin hiermit offiziell enttäuscht und traurig, dass der Zauber eurer Podcast-Historie vorbei ist. Jetzt wird's wirklich Zeit, es gut sein zu lassen. Vertrag hin oder her, unauthentischer kann ein Podcast nicht mehr werden. Dann lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ob Amira und Oliver Pocher sich die Worte ihrer Zuhörer zu Herzen nehmen werden, bleibt wohl abzuwarten. Dann lieber ein Ende mit Schrecken. Vielen Dank.